Ich komme in deinen Squad, aber mach mal die Ansage hier. So Leute, herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen und neuen Serie Sargstopp mit Chimpanse. Hallo. Hallo. Was war das jetzt? Äh, weiß nicht, ich bin hier schon im Anpassmenü, weil Sargstopp haben wir jetzt die dritte Folge heute. Ja, ja. Tres, tres delinquentes sozusagen. Sollen wir Sturmsoldaten spielen oder einen anderen? Wir spielen Sturmsoldaten. Wir sind Medis und TDM und da spielt man Medi, also spielen wir Sturmsoldaten. Okay, Prinzip von Sackstopp dürfte aber läufig sein, ne? Wir gehen hier in dieses Auswahlmögen. Ja, das checken sie eh gleich. Das checken sie eh gleich. Meinst du? Ja, 100%. Okay, dann lass mal durchlaufen. Ich hab ja bisher mal angefangen. Hauras. Ich sag Stopp. Ich muss nochmal essen, Shotgun. Okay, also eine einzige Einstellung für heute. Wir sind auf dem No-Shotgun-Server und natürlich müssen wir das so lange machen müssen. Gar nicht, Shotgun. Stopp, gut, warte, ich hab noch gar nicht. So, jetzt noch gar nicht. Jetzt. Stopp. Seiger. Ach man. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja, okay. Stopp. G3A3. G3A3. Na gut, die hast du ja schon mal gehabt. Ja, okay. Stopp. Äh, UMP45, okay. Okay. Oh, Glück ab, ne? Ja. Warte, 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 warte. Und go. Oh, Stopp. PSO viermal. Ja, ich hab's mit diesen PSOs, ne? Ja, echt. Äh, PKAS Holo. Okay. Hau raus. Stopp. Unterlaufschiene. Hau raus. Stopp. Kein Primärzubehör. Okay. Hast du noch einen? Ja, ich hab noch einen. Stopp. Laserpointer. Geil. Läuft. Stopp. Kein Primärzubehör. Was ist das jetzt für eine Waffe? Äh, ich hab jetzt die UMP45 mit PKAS Holo und sonst nix. Du glücklicher, ne? Ja. Du glücklicher. Okay, ich würd sagen, wir legen los, weil der Server ist hier schon mittendrin so ein bisschen, ne? Okay, alles klar. Okay, 3, 2, 1, go! Go for it. Oh mein Gott, das ist ein richtiges Zoom. Oh Gott, nein. Also, meins geht eigentlich. Das hat, ich glaube, es hat eigentlich nur... Oh Gott, das ist so ein... Ist ja einer, ist ja einer auf dem Kran oben drauf? Ja, die fliegen die ganze Zeit falsch um da. Oh Gott. Ah, unten runter ist keiner. Ah, da ist einer. Yes, ich hab einen. Ich hab den Shadow Sun 447. Nice. Oh, der drückt aber richtig, der einer da. Nein. Oben auf dem Kran war einer drauf. Der hat mich erwischt. Aber er ist down. Also, ich hab noch gesehen in der Killcamp, dass er gerade kaputt gegangen ist. Oh, was macht der denn da? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Hilfe bei Kill. Der kam mit einem Fallschirm angejumpt. Fuck, äh, sorry. Ich hab noch... Fuck von gestern. Fuck von überall. Ich hab noch... Ich hab noch eine Armbrust dabei. Ich hab vergessen, mein... Mein Madpack einzustecken. Ist natürlich doof. Ah, ah. Aber ist egal. Ich hab schon mehr Kids als du. Haha. Na, Shadow Sun hat sich an mir gerecht. So, ich stelle das mal kurz um, dass ich ein Madpack mit dabei habe. Anpassung. Keine Armbrust. Okay, 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 okay. So. Aber das Visier ist echt scheiße, ne? Das ist... Das ist so ein richtiges... Ein richtiger Klotz ist das. Du hast ja bestimmt meine Folge von letztem Mal angeguckt. Dann kannst du ja... Kannst ja urteilen, ob jetzt dein Setup heute schlechter ist oder meins letztem Mal. Ja, oder hatten wir auch einen Hacker. Wir hatten ja auch einen Hacker. Wir hatten ja auch einen Hacker. Oh mein Gott, ich bin am Abgehen mit dem Ding hier. Liegt einer am Boden und ein Kollege von mir läuft da direkt vorbei. Komm, stell los. Er will nicht aus. Was ist denn los? Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Geht hier gerade Party und so? Boah, die spawnen immer direkt. Ich kann hier niemanden retzen. Ah, das ist kein Problem. Also ich empfinde das nicht als Problem. So, ich sehe schon wieder, dass sie da den Fallschirm egal ist. Hä, wo ist der? Ist er schon down? Ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da. Ne, 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 der Kollege da eben. Der mein Verbündender erschossen hatte. Wo sind denn hier die Gegner? Ich laufe hier immer in die komplett falsche Richtung, glaube ich. Ja, Richtung, aus dem Kran kommen gerade ein paar. Aus dem Kran, sagst du? Ja. Die laufen aber zum Mittelfeld. Also das sind alles im Prinzip so in die Mittelläufer. Fuck, hinter... Wo ist der denn hergekommen? Aber ich finde schon besser. Guck mal hier. 13-4. Du bist ja ein richtiges Biest, ne? Ja, das liegt aber auch ganz klar an der Waffe. Das ist ja auch die Biestwaffe schlechthin. Ja, um die ist aber wirklich ein starkes Teil, ne? Ja. Diesmal richtig geil. Immer schön Oberkörper, Kopf zielen und sich nicht von Leuten aus so... Oh Gott. Ey. Ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum steht... Nein, hab dich gerätzt. Danke, 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 danke. Geht hier irgendwie nicht wirklich das Rätzen auf mich. Oh, er liegt da unten. Er liegt auch in der Ecke. Er liegt einfach in der Ecke. Hast du ihn? Ne, ich weiß nicht wo. Rätst mich, dann rätst mich. Nein. Warst du das? Ja, das war ich. Ab an. Okay, von der Rückseite kommen jetzt wieder welche. Granate, Granate, Granate. Oh Gott. Ey. Keine Kills bekomme ich, ne? Ja, tot. Yes. Okay, äh, Vorsicht, Richtung Kran sind auf jeden Fall zähl. Ja, komm, komm, ich rubbeln, komm, ich retten. Da, da, da. Hast du wieder deinen blauen Strampel anzugan? Ja, hab ihn extra angezogen. Fuck. Ah, shit, ey. Oh, ich muss... Zwei Granaten! Nein! Tot. Um die Ecke, ich war aber schon voll in der Röhre drin. Aber sowas von... Ja, aber richtig, ne? Jim, du bist... Du... Oh, Mann. Immer lässt du mich da liegen. Ich lass dich gar nicht immer da liegen. Doch. Ich achte halt nur darauf, dass ich nur dann Leute retze, die... Ah, die ich auch wirklich retzen kann. Ja, das wäre schon möglich gewesen, ne? 18,6, nicht schlecht. Läuft bei Jim. So, erzähl doch mal was zu deinem Setup. Was gefällt dir denn besonders gut an deinem Setup? Das Visier, das ist so echt... Es eröffnet mir... Es gibt mir ganz neue Augen, sozusagen, ne? Ach, da drin war einer. Was hast du nochmal für ein Visier? Einen geilen Vierfach-Zoom. Ach komm, das ist gar nicht so schlecht. So einen richtigen Klotz, der so richtig nervt. Wo man ja nix mehr sieht. Wo ist denn hier die Part über euch? Alter, die Leute aus meinem Team sind so blind. Die laufen original an Gegnern vorbei. Aber dabei blockieren sie nicht die ganze Zeit, weißt du? Oh Gott. Und ich mach die Kills, baby. Oh Gott, Granate, Granate, Granate. I make the Kills. Boah, dieses Visier, das geht gar nicht, ne? Wie verkackt ist das denn? Du kannst doch diesen Container, der nur an einer Seite offen ist. Da sitzen gerade zwei drin. Das ist die Röhre. Das ist die Röhre des Todes. Das ist leer. Fuck. Nein. Was war das jetzt? Das war nicht gut. Boah, wie viele Tickets haben wir auf der Kiste? Auch wieder 200. Ich hab da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, dass es so gut ist. Boah, ne? Das Visier. Naja, das Visier ist schuld, ne? Ja! Ich seh nichts durch das Visier und plötzlich steht ein Gegner vor mir. Ja, ja, ja. Alles gut. Das ist richtig schlimm, ey. Boah. Nein! Alter, ich bin gerade in der Explosion von einer Granate gewesen und ein Typ hat mich mit seiner A91 erwischt. Aber ich weiß, wo der Sack jetzt liegt. Und ich kann ihn von meiner Prost... Nein, ey, das war doch ein... Auf dem Kran sitzt wieder ein Legolas. Der Legolas? Ja, er heißt auch noch Legolas. Tot. Boah, der holt ihm hier mal One-Shot mit dem, was er sieben wird, ey. Scheiß-Container liegen sie auch drin. Mann. Ja, dann... Keine Ahnung, tu was dagegen. Äh, der ist neidbar oben auf dem Kran, guckt gerade nach rechts zur Wasserseite. Mhm. Bin eh die ganze Zeit in der Mitte. Da, wo man ja auf keinen Fall hingehen sollte. Doch, da sollte man auf jeden Fall hingehen. Alter, boah, das war knapp. Ich bin gerade schon wieder an meine Maus angeschlagen. Also, mit der Maus hatte ich Tastatur und nicht an die Maus angeschlagen. So, Vorsicht auf dem Kran. Boah, immer von hinten. Oh, sie liegen überall in den Röhren drin. Das ist so schlimm. Ah. Komm, retz mich, retz mich. Da, da, da. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich lieg da doch. Direkt neben dir. Ja. Hab dich. Warum weißt du eigentlich nie, wo ich bin? Hast du Fahrpläne oder es auch? Ja, weil ich jetzt auch achte, ich will hier einfach nur Punkte machen, weißt du? Ich will hier mal ein paar Kills abreißen, ein paar Punkte machen. Aber es geht ja auch um Teamplay, ne? Ja. Könnt man machen, ja. Boah. Ey, du hast auch einen Schwein gehabt. Oh, nur Assists, ey. Ja, ey, ich komm noch nicht mal zur Mitte, weil die Gegner von links kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, was war das jetzt? Grenade, Mottofuckers? Ah, Alter, läuft gerade mal. Hilf, 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 hilf. Hab ich denn hier geklaut? Ja, ich glaub schon. Du weißt ja, sowas gibt's nicht, ne? Was? Ja, Kills klauen. Ja, doch, das gibt's. Sehr gut gibt's das. Fuck. Marcy. Oh, das war gut. Marcy121999. So, äh, ich glaube, der Server hat echt ein paar mehr Tickets, als wir uns das vorgestellt haben. Nein, ich würde sagen, wir spielen noch weiter. Ich bin gerade... Ja, also von meiner Seite aus können wir auch weiterspielen. Ja, ich... Guck mal, wie es gerade für mich läuft hier. Ja, spielen wir weiter, spielen wir die Tickets, denn außerdem ist es doch eh gleich vorbei. Au, hier springt einer gerade oben durch die... in den Container, in den Container. Wo ist er? Wo ist er? Der liegt ja immer. Ja, ich seh ihn. Hopp, hopp, hopp. Ach, er ist down. Du hast ihn gekriegt, ne? Ja. Linke hier, rechts, rechts von dir, rechts von dir. Ja. Hinter mir. Kriegst du ne? Ja. Kriegst du mich? Oh, mein Gott, da kommt einer. Ohne dir. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Warum klaust du mir alles? Diese G3-A3 ist aber echt ne Assist-Maschine, ne? Das ist wirklich... Oh mein Gott. Wirklich ne Assist-Maschine, ey. Richtiges Assist-Biest. Ja. Läuft super. So, ich geh außen rum. Boah. Ah, was war das? Sniper vom Kran. 100 Pro. Ah, fuck. Ey, von wo, von wo? Fuck, 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 fuck. Fuck, scheiße, boah. Du magst. Oh, da ist so ein LMG-Bob auf dem... auf dem Bridge. Dann jetzt ein bisschen aufpassen. Ich versuche mal, ich versuche mal, da zurück zu gehen und quasi das Feld von der Rückseite aufzurollen. Oder ich laufe einfach quer durch die Botanik und mach einfach alles platt. Ach, guck mal, wie sie hier rumgammeln. Ja, die sind richtig am Gammeln. Wirklich. Echt nicht mehr feierlich. Aber das macht nichts. Der Gympanso und Ikua sind hier. Mit den geilsten Waffen auf der ganzen Welt. Ja, auf jeden Fall. Also meine Waffe, ich kann mich nicht beschweren hier. Ich kann mich nicht beschweren. Also ich hatte schon so ein, doch ein, zwei Kritikpunkte da bei meiner Waffe, ne? Ah, und die wären's? Das Visier ist scheiße, die gibt nur Assists und durch das Visier, das so scheiße ist und der Laserpointer. Das ist alles scheiße. Es geht schon, die G3A3 ist ja nicht scheiße, ne? Aber so. Das ist richtig gut. Wenn man sich hier so mit so einem Visier... Kommen wir links außen dran vorbei, weißt du das? Ah, Block, Blockparty. Weiß ich nicht, das sind eh nicht so viele Spieler. Block! Ich hab mir... Und wir haben richtig scheiß Ping hier auf dem Server, ne? Pfff, also die Gegner fallen... Doch, das merkst du auch. Ja, ich merk es, aber... Muss ich sagen, es läuft. Ja, klar läuft's, aber die Gegner fallen halt haben wir später um, das ist mal voll umgewöhnungsmäßig, dass man dann... Ah! Boah, ich war schon wieder oben drauf. Also, ich will ja nichts sagen, aber 45-20 ist jetzt nicht so schlecht, ne? Ja. Ist jetzt keine Score, mit der ich mich irgendwie bei der SL bewerben würde, aber... Aber... Keine Ahnung. Läuft. Fuck, 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 fuck. Oh mein Gott. Und das mit so einem Random-Scheiß hier, weißt du? Ah, hab wieder einen... Wahrscheinlich beschweren die sich, weil ich bei denen die ganze Zeit nur über den... über den Bildschirm legge, weißt du? Ja, wir legen ihn nicht, aber es ist halt... Ach, du bist das. Ja, block nicht. Ähm, dass die Hits nicht und so. Es dauert halt alles voll ewig. Da ist noch einer oben drauf. Hast du? Ja, ne, ich bin woanders. Alter, wieso ist der nicht umgefallen? Mann. Nicht letztlich. Da ist noch einer, da ist noch einer, Jim, hol ihn dir. Ich versuche. Hier geht's. So, da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Ich muss kurz weg. Ja, ich muss kurz meine Waffen mal nachladen, nur einmal. Ja, das kenn ich das Problem. Einmal muss man sie nachladen. Also, ich kann mich echt nicht beschweren. Die OMP, ohne Witz, richtig cool. Nein! G3 A3. Ach, fuck. Baujahr 73. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Der steht da noch direkt bei mir, ne? Ah, ich komme doch nicht. Ah, warte, 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 ich probiere. Schaffst du? Wenn er wegläuft, er läuft weg. Darfst du? Ich laufe doch schon, ich laufe... Ja, das... Komm, was vergessen. Ja, ich hätte dich doch bekommen. Ja. Ja, hast aber nicht. Ja, weil ich einen Millimeter davor von hinten geholt wurde mit der M16. Oh, Jim, du bist heute ein bisschen nervig, ne? Ich bin nervig. Ja. Ich bin nervig. Boah, und ich treffe... Oh, schön gewollbankt irgendwie. Und von der rechten Seite, alles klar. Alles klar. Fuck, fuck, fuck. Jetzt mal ohne Witz, ich glaube, bis wie viele Tickets wollen wir das Ganze noch spielen? Wir sind schon... Bis zu Ende ist. Ey, bis zu Ende ist. Da sind doch nur noch 15 oder so. Bist du sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es sind nur noch 15, sind 14. Läuft hier für den Affen. Läuft für den Affen. Kann man nicht anders sagen. Es läuft... Für den Affen. Ja, und jetzt hole ich mir den nächsten. Ach, der war vorher schon tot. Was soll denn das? Ich habe meine Granate so schön geworfen. Also wirklich schön. Und das Geile an der UMP ist, du machst einfach auch auf Entfernung gute Treffer und Schaden. Das ist einfach geil, das Teil. Das ist einfach geil. Schön in Bursts feuern, läuft. Okay, 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 okay. Der Gegner... Ich habe gerade noch die letzten Pilze zu machen. Ja, ich habe recht gehabt. Tschakka. Tschakka. Also ich kann nur sagen, diese Sag-Stop-Folge hat mir richtig Spaß gemacht. Coole Waffe, cooles Setup, sehr gute Zusammenstellung. Keine unnötigen Attachments an dem Scheiß dran. Ich habe da was. Hier, hallo, vierfach Zoom. Ja. Ja, war ganz nett mit der G3A3. Ein bisschen verschandelt da. Gibt es schlecht in der Hand, wa? Ja. Gibt es besseres. Okay, Leute, falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.